1856 erscheint ein Roman in Fortsetzungen, abgedruckt in einer Zeitschrift, der als ein Buch ein Jahr später Furore machen sollte. Lange Zeit galt er als der Skandalroman der Weltliteratur und das völlig zu Recht, wie noch zu zeigen sein wird. Ich spreche von Madame Bovary, von Gustave Flaubert. Vorab ein paar kurze Hinweise. Dies ist der zweite Teil einer insgesamt sechsteiligen Reihe über untreue Weiber in der Literatur. Es geht also um die Ehebrecherinnen, das Gegenstück zum Ideal funktionaler Familien und der Krönung allen Glücks der Ehe. In diesem Video geht eine Einführung voraus. Es folgen noch Videos zu den großen Ehebruchsromanen Anna Karenina von Lev Tolstoi, Effi Priest von Theodor Fontane und Unsühnbar von Marie von Ebner Eschenbach. Am Ende gibt es dann eine Gegenüberstellung, einen Vergleich und ein Fazit. Selbstverständlich könnt ihr die Videos auch einzeln sehen, also losgelöst von der großen Ehebruchsthematik, aber das macht mitunter weniger Spaß. Trotzdem, die Einzelvideos verstehen sich durchaus als Interpretation des jeweiligen Romans, einer Interpretation, die man übrigens nicht in jedem Fall mitgehen muss. Zu einer solchen Interpretation gehört aber auch, dass hier über den gesamten Roman gesprochen wird. Also, wer nun eine spoilerfreie Buchempfehlung haben möchte, der ist hier falsch. Er sollte an dieser Stelle abschalten und nach der eigenen Lektüre das Video selbstverständlich wieder aufrufen. Wie bei allen etwas umfangreicheren Videos gibt es auch hier wieder die Möglichkeit der Kapitelanwahl, sodass ihr innerhalb des Videos dann auch skippen könnt. Nun, da wünsche ich euch viel Spaß und Anregung zur Auseinandersetzung bei Madame Bovary. Am 18. Dezember 1856, der Vorabdruck der Bovary war gerade beendet, das Buch noch nicht erschienen, der Prozess, der dem Schriftsteller und dem Roman vorwerfen sollte, sie verstießen gegen die guten Sitten und die Moral, er war bereits am Horizont, da erhielt der Autor einen Brief. Absenderin war eine gewisse Marie-Sophie Leroyer de Chantepille und ihr Schreiben zeigt auf verblüffende Weise, was das Schicksal der Romanheldin Emma für eine reale Frau in der französischen Provinz bedeuten konnte. Als Abonnentin und eifrige Leserin der Revue de Paris lese ich seit der ersten Folge ihr durch seine Wahrheit so packendes Drama Madame Bovary. Zunächst habe ich gesehen, dass sie ein Meisterwerk an Natürlichkeit und Wahrheit geschrieben haben. Ja, genau so sind die Sitten in dieser Provinz, wo ich geboren bin, wo ich mein Leben verbracht habe. Damit sage ich Ihnen, Monsieur, wie sehr ich die Traurigkeit, die Langeweile, das Elend dieser armen Frau Bovary verstanden habe. Von Anfang an habe ich sie erkannt, geliebt, wie eine Freundin, die ich gekannt hätte. Ich habe mich so sehr mit ihrer Existenz identifiziert, das mir schien, sie war es und ich war es. Nein, diese Geschichte ist keine Fiktion, sie ist eine Wahrheit. Diese Frau hat existiert. Sie haben ganz gewiss ihrem Leben beigewohnt, ihrem Tod, ihren Qualen. Ach, Monsieur, wo haben Sie diese vollkommene Kenntnis der menschlichen Natur bloß hergenommen? Das ist ein ans Herz, an die Seele angesetztes Skalpell. Das ist leider Gottes die Welt in all ihrer Abscheulichkeit. Die Charaktere sind wahr, allzu wahr, denn keiner von ihnen erhöht die Seele. Nichts tröstet einen in diesem Drama, das nur eine unendliche Verzweiflung hinterlässt, aber auch eine ernsthafte Warnung. Das ist die Moral, die daraus hervorgeht. Die Frauen sollen bei ihren Pflichten bleiben, was immer sie auch kostet. Dabei ist es so natürlich, glücklich sein zu wollen. Etwas später schreibt sie, Ich bitte den Himmel für sie, für Emma, um die Gerechtigkeit, die man ihr auf Erden verweigert. Ich muss an das Glück dieser armen Seele in einer besseren Welt glauben. Ich habe sie geliebt wie eine Schwester. Wie gern hätte ich mich zwischen sie und ihr Unglück geworfen, sie beraten, sie getröstet, sie gerettet. Niemals werde ich sie vergessen. Ich bin fest überzeugt, dass diese Geschichte wahr ist. Ja, man muss beteiligter oder betroffener Zeuge eines solchen Dramas gewesen sein, um mit solcher Wahrheit davon zu schreiben. Die Antwort Flaubert Nichts Wahres sei an der Bovary, alles sei erfunden. Was so nicht stimmte, basierte der Roman doch auf einem realen Fall. Vor allem aber, fügt er hinzu, vergleichen Sie sich nicht mit der Bovary. Sie ähneln ihr kein bisschen. Sie taugte weniger als sie, was den Kopf betrifft und auch das Herz. Denn sie ist eine etwas verdorbene Natur. Eine Frau von falscher Poesie und falschem Gefühl. Flaubert konnte sich entsetzt wehren und von einem Missverständnis reden, wie er wollte. Der immense Erfolg der Madame Bovary von 1896 bis heute ist fraglos einer Rezeption zu verdanken, wie sie dieser Leserin entspricht. Als Emanzipationsdrama, in dem eine junge Frau bei dem Versuch, dem Elend ihrer Ehe zu entkommen, schon tragisch scheitert. Ein Missverständnis. Worum geht's? Der Schüler Charles Bovary scheint so beschränkt zu sein, dass er nicht einmal seinen eigenen Namen richtig auszusprechen vermag, weshalb er schon in der Schule Opfer des Sports wird. Trotzdem schafft er mit energischer Hilfe seiner Mutter einen Abschluss und wird schließlich Landarzt. Wiederum auf Initiative seiner ehrgeizigen Mutter, da heiratet er eine alte, ausgetrocknete Witwe, die für reich gilt es aber dann nicht ist. Dann, nach ihrem Tod, heiratet er erneut, diesmal aber die Frau seiner Träume. Emma, die schöne, junge Tochter eines Bauern. Wir befinden uns in der französischen Provinz. Emma, verdorben durch die Erziehung, durch fromme Schwestern im Internat und durch ausschweifende Lektüren romantischer Literatur, träumt den Traum von Leidenschaft und Sehnsucht in eine ihr ferne Welt. In der Provinz, da langweilt sie sich zu Tode mit den ganzen Langweilern um sie herum und vor allem dann auch mit ihrem beschränkten Schal. So wirft sie sich zwei Männern in die Arme, lässt sich von dem teuflischen Händler Le Reu zum Schuldenmachen verführen und vernichtet am Ende sich und die ganze Familie. Der Roman gliedert sich in drei Teile, hat 35 Kapitel und umfasst eine Handlung von etwa 19 Jahren. Robert ist Mitte 30, als er seinen Debütroman vorlegt. Seit 20 Jahren, knapp, schreibt er schon Erzählungen. Er entstammt einer reichen Familie, muss auf Druck des Vaters Jura studieren, was er hasst und was ihn krank macht. Später, 1848, ist er in Paris, dann bei der Februar-Revolution dabei. Fünf Jahre lang, schreibt er an Madame Bovary, überarbeitet ihn immer und immer wieder und erkämpft sich so ein perfektes Manuskript. Der Prozess, der dem Roman und dem Autor gemacht wird, macht ihn, den bis dahin unbekannten 35-Jährigen, schlagartig berühmt. Werfen wir in den folgenden Minuten einen Blick auf die wichtigsten handelnden Figuren und ihre Darstellung durch den Autor. Werfen wir dadurch auch einen Blick auf das entscheidende Geschehen, den Ehebruch und alle folgenden Dinge, die in die Katastrophe führen. Werfen wir zuletzt dann noch einen Blick auf die Gesellschaft, das Drumherum, denn schließlich lautet der oft vergessene Untertitel des Romans Sitten in der Provinz. Nicht ohne Grund gilt das Werk als die Mutter des Gesellschaftsromans des 19. Jahrhunderts. Alle demnächst hier folgenden Romane, die Karenina, die Priest und Unsünbar, die fahren in dieser Schiene und müssen sich an der Bovary messen lassen. Nicht alle, das sei verraten, halten dem Stand. Wir beginnen natürlich mit Emma, auch wenn der Roman es nicht tut, sondern mit Charles' Kindheit einsetzt. Das Mädchen Emma hat über sein späteres Leben als Frau nichts anderes gelernt als gedruckten Unsinn. Und Emma, heißt es, suchte herauszufinden, was man im Leben eigentlich verstand unter den Worten Seligkeit, Leidenschaft und Rausch, die ihr so schön erschienen waren in den Büchern. Verdorben auch von einem alleinerziehenden Vater, von bigotten Nonnen und nicht zuletzt von den Romanschriftstellern, deren Werke sie massenhaft und gierig verschlingt, hat Emma sich rettungslos verloren in einem Sumpf des Angelesenen, der voll ist von Vorstellungen und Idealen und schönen Bildern, die in der realen Welt so keine Entsprechung haben. Im Kopf dieser normannischen Bauerntochter gärt eine wüste Melange aus Romantik und Melancholie, aus religiösem Mystizismus und orientalischer Exotik. Emma liest und liest. Sie liest in der schwül vergeistigten Atmosphäre unter religiös verzückten mystischen Jungfrauen und verbreitet es in ihrem Herzen zu einem schwülstigen Mischmasch von verhüsten Träumen. Wir werden später darauf nochmal eingehen. Als sie dann auf einen Ball im Schloss des Marquis d'Andervilliers eingeladen ist und ist sie von diesem Erlebnis über allemaßen beeindruckt. Die Atmosphäre dort verblendet sie völlig. Das Erlebnis hat fatalste Auswirkungen auf ihr Gemüt. Sie verwechselt die Welt des Balls, auf dem sie Gast sein darf, mit dem realen Leben. Ein Tanz mit einem Vikomt macht sie vollends schwindelig. Dieser Ball ist der Beginn einer neuen Zeitrichtung. Hier beim Marquis befindet Emma alles, was ihr Schal ganz sicher nicht zu bieten hat. Von nun an zählt sie die Tage, Wochen, Monate. Nach der Hoffnung der Marquis können im nächsten Herbst wieder zum Tanze bitten, in einer ewigen Wiederkehr desgleichen. Vergeblich. Nicht die Ehe mit dem braven Schal hat Emmas Langeweile und Enttäuschung geweckt. Die wüteten schon viel früher. Nur war der arme Landarzt eben nicht der Märchenprinz, der allein hier hätte Ordnung schaffen können. Vom Ball wieder zurück zu Hause entlässt sie als erstes ihr Dienstmädchen, während sie im Eheheim die Pariserin spielt und sich Tagträumen hingibt. Da verdient Schal das Geld und fühlt sich glücklich. Sein fehlender Ehrgeiz widert sie an. Emma denkt an nichts anderes als an sich selbst und ihre zukünftigen Wonnen. Kommt ihr das Realitätsprinzip Ehemann in die Quere, dann lügt sie, bis sich die Balken bieten. Sie lügt und sie betrügt ihn. Sie lebt ihr kleines Leben im Bewusstsein eines schmutzigen, wollüstigen Geheimnisses. Was sie mit Rudolf noch heimlich tat, das treibt sie mit dem Nächsten schon in schamloser Offenheit. Statt Lust kommt die Katastrophe. Um ihre extravaganten Begierden, ihr enthemmtes Ich-will-alles-Programm zu finanzieren, hat Emma ein unlösbares Spinnennetz von Schulden und Verpflichtungen gesponnen. Ihre ganze Existenz beruht nicht mehr nur auf den Lügengeschichten, die ihre Abwesenheiten kaschieren, sondern auch auf Betrug und Unterschlagung, immer bereitwillig unterstützt vom Händler Lerue. Längst ahnt sie, dass es kein Entrinnen, kein Rückzug aus diesem Teufelspakt mehr gibt. Aber nichts von all dem weckt in Emma Schuldgefühle, wie zum Beispiel in Anna Karenina oder Effie Priest, von denen später noch die Rede sein wird. Sie ist eher eine Egomanin, die unmittelbar auf jeden Zug reagiert, ganz ohne Strategie und fast ohne Taktik. Emma überschreitet definitiv jene letzte Grenze, die aus dem Ehebruch, aus der Zerstörung der bürgerlichen Existenz, die Zerstörung von allem und jedem macht. Sie zerstört auch das Leben ihrer einzigen Tochter, die aber ohnehin für Emma eher Klotz am Bein als geliebtes Kind war. An diesem sanften, lieben Mädchen zeigt sich, dass Emma, die so sehr auf der Suche nach Lieben ist, selbstunfähig ist, Liebe zu geben. Freudlos wächst die Kleine heran, weitgehend ignoriert von der Mutter, die sich gleich nach der Geburt, die sich gleich nach der Geburt zu einer Amme gibt, wo Bert in ärmlicher Umgebung ihren traurigen Lebensweg beginnt, getrennt von Mutter und von Vater. Womit wir bei Charles Bovary wären Flaubert tut wirklich alles, um seinen Helden dem Spott auszuliefern. Hinter aller Lächerlichkeit, das muss man sagen, erscheint dennoch ein ernstes Bild. Charles ist ernsthaft in Emma verliebt. Er schaut nicht aufs Geld, nicht auf die Karriere, fragt nicht einmal seine Mutter, er will nur diese hinreißende Frau mit der hellen Haut. Daran, da wird sich auch nichts dran ändern, nicht vor der Hochzeit und nicht danach. Der Einfallspinsel Charles liebt seine Emma so bedingungslos, dass er nichts von dem, was vor seinen Augen geschieht, nicht die Affäre mit dem dürftigen Kanzlisten Léon Dupuis noch die mit dem aufdringlichen Provinz d'Anjouan Rudolf Boulanger wahrnimmt. Und auch als sie Arsen schluckt, kann er sich nichts erklären. Vielleicht haben sie sich platonisch geliebt, findet er noch am Ende, als jeder doch klar sehen müsste, eine Erklärung. Und erst auf der vorletzten Seite bei einer zufälligen, qualvoll peinlichen Begegnung mit Rudolf, da lässt er erkennen, dass er doch weiß, was geschehen ist. Nein, ich nehme es Ihnen nicht mehr übel. Er fügt sogar ein großes Wort hinzu, das einzige, das er jemals gesagt hat. Schuld ist das Schicksal. Die Ironie dieses einzigen großen Wortes, das er jemals gesagt hat, ist absolut böse. Dieser romantische Pathosbegriff sinkt in Flaubert's Roman ab zu einer Leerformel, die nur noch zur Ausschmückung des banalen Verwendung findet. Sei es um die Landarztgattin unter dem Blöken der ausgestellten Böcke herumzukriegen, sei es um die lästig gewordene Geliebte später abzuservieren, sei es um zum bitteren Ende die ganze Lebenskatastrophe mit dem Mantel der Nächstenliebe zu verhüllen. Nein, der romantische Begriff Schicksal wirkt in diesen Zusammenhängen nur noch trivial und lächerlich. Charles ist und bleibt ein Trottel. Wenn er seine Frau tatsächlich rückhaltlos liebt, ja geradezu anbetet, dann muss man konstatieren, er tut das wie ein Idiot, denn er liebt sie vor allem aus Dummheit. Hatte Flaubert seinen Ehemann Charles Bovary mit dem Stigma des Lächerlichen versehen, so schenkt er auch den beiden Liebhabern nichts. Lächerlich sind sie nicht weniger als der Betrogene selbst. Monsieur Rudolf Boulanger war 34. Er hatte einen rohen Charakter und einen scharfen Verstand, pflegte regen Umgang mit Frauen und war darin äußerst versiert. Diese hier war ihm hübsch vorgekommen, also dachte er an sie und an ihren Mann. Ich glaube, der ist sehr dumm. Sie hat ihn wahrscheinlich satt. Er hat schmutzige Fingernägel und einen Dreitagebart. Während er zu seinen Patienten trappelt, sitzt sie zu Hause und stopft Socken und langweilt sich. Würde gern in der Stadt wohnen, jeden Abend Polka tanzen. Armes Ding. Die japst nach Liebe wie ein Karpfen nach Wasser auf dem Küchentisch. Drei Schmeicheleien und sie wird dich anbeten, da bin ich sicher. sehr zärtlich. Bezaubernd. Ja. Aber wie wird man sie hinterher wieder los? Mit viel Erfahrung ausgestattet, braucht der flotte Gutsbesitzer keine langen Analysen, um die Verhältnisse beim Monsieur und Madame zu durchschauen. Emma ist reif, das versteht Rudolf mit professionellem Blick. Was fallen will, das soll man stoßen. Und nach kurzer Vorbereitung, da liegt Emma am Boden. Rudolf ist alleinstehend, Junggeselle aus echter Überzeugung. Frauen sind für ihn zum Vergnügen da. Und dass der Dorfarzt eine derartige Schönheit zur Gattin hat und diese vor Sinnen Gier vergeht, das ist doch ein glücklicher Zufall. Rudolf ist keiner, der sich solch eine Gelegenheit entgehen lässt. Die eigentliche Ehebruchsanbahnung, ich meine hier die berühmte Szene der Landwirtschaftsausstellung, ist ein Höhepunkt von Flaubert's Kunst, seine Figuren der Lächerlichkeit preiszugeben. In einer fürs 19. Jahrhundert vollkommen unbekannten, geradezu filmischen Montagetechnik blendet Flaubert die aufgeblasenen offiziellen Reden der Würden- und Ordenträger über das nicht weniger geistlose Liebesgesäusel des werdenden Paares. Doch die beiden Tonspuren, die laufen nicht nur nebeneinander von Absatz zu Absatz, werden sie immer enger miteinander oder ineinander verwebt, sodass die eine auf die andere zu antworten beginnt. Das Glück und der Mist, der Zauber Emmers und die Goldmedaille für den Schafbock, die ewige Liebe und die Schweinezucht. Während auf der Landwirtschaftsausstellung bombastische Reden voller Pathos geschwungen werden über Kohlköpfe, Schafe und Mist gibt Rudolf den Seinen von sich. Wir zum Beispiel, sagt er, warum haben wir uns kennengelernt? Welcher Zufall hat es gewollt? Sicher haben über die Entfernung hinweg wie zwei Flüsse, die dahin strömen, um sich zu vereinigen, unsere jeweiligen Neigungen uns zueinander geführt und ergriff nach ihrer Hand. Sie wurde nicht zurückzogen. Insgesamt gute Bewirtschaftung, schrie der Vorsitzende. Oh, danke. Sie stoßen mich nicht zurück. Sie sind gut. Sie begreifen, dass ich Ihnen angehöre. Lassen Sie es geschehen, dass ich Sie ansehe, Sie betrachte. Ein Windstoß, der durch die Fenster hereinfuhr, kräuselte die Tischdecke und drunten auf dem Platz hoben sich die großen Hauben der Bäuerinnen wie der Flügelschlag weißer Falter. Verwertung von Ölkuchen, sprach der Vorsitzende. Er beeilte sich. Flandrischer Dung, Flachsanbau, Entwässerung, Langfristige Pachtverträge, Dienstbotentreue. Rodolf sprach nicht mehr. Sie schauten sich in die Augen. Heißes Verlangen ließ ihre trockenen Lippen erzittern und langsam, wie von allein, schlangen sich ihre Finger ineinander. Tatsächlich, da bleibt nichts mehr zu sagen. Das ist kein Kitsch, das ist Ironie. Wenn die beiden ergriffen Schweigenden ihren Pakt unter der agronomischen Wortkaskale besiegeln, dann hat Flobert sein Urteil über sie gesprochen. Ist Emma mit von der Partie, dann kommen alle zu ihren erotischen Zielen durch nichts als die Sprache. Eine Sprache aber in ihrer vollendet sinnverlassenen, zu vollständiger Verblödung neigenden Schrumpfform. Wie abgedroschen auch immer Rudolfs Formeln sind, Emma hat sie nur ersehnt. Nach der Verführungsszene schaut Emma in den Spiegel und erblickt eine neue Frau. Doch als sie ihr Gesicht im Spiegel erblickte, war sie überrascht. Nie zuvor waren ihre Augen so groß gewesen, so schwarz, so tiefgründig. Etwas hauchzartes auf ihrer ganzen Gestalt hatte sie verwandelt. Immer wieder sagte sie, ich habe einen Geliebten, einen Geliebten, und sie berauschte sich an dieser Vorstellung, als wäre ihr eine zweite Mädchenblüte zuteil geworden. Doch Emma wäre nicht Emma, würde die Wirklichkeit nicht gleich wieder zu bedrucktem Papier. Nun dachte sie an die Heldinnen all der gelesenen Bücher und die holde Heerschar dieser Ehebrecherin sang in ihrer Erinnerung mit schwesterlichen Stimmen, die sie verzauberten. Sie selbst wurde gleichsam ein Teil dieser Fantasien und verwirklichte die endlose Träumerei ihrer Jugend, denn sie erkannte sich in jenem Bild der liebenden Frau, die sie maßlos beneidet hatte. Zudem kostete Emma die Befriedigung der Rache, hatte sie nicht genug erduldet, doch jetzt triumphierte sie und die so lang unterdrückte Liebe brach hervor wie ein fröhlich sprudelnder Quell. Sie labte sich ohne Gewissenspein, ohne Furcht, ohne Zweifel. Vergessen wir nicht Emmas Liebhaber Nummer zwei, Léon Dupuis. Bei ihm handelte sich ebenfalls nicht um einen romantischen Helden. Léon ist ein pseudopoetischer, pseudosensibler, geistig flacher Notarschreiber, ein Phrasendrescher vor dem Herrn. Er beginnt mit ihr eine hochromantische Konversation, in deren Verlauf er bekennt, dass auch er das Gebirge, die Musik sowie das Meer Liebe, all das romantische Signalwörter, wie bei der romantisch aufgeladenen Emma ihre entsprechenden Reize auslösen. Die Konversation zwischen ihm und Emma ist voller Phrasen, durch die sie sich einander annähern. Dupuis ist kein Charmeur, kein Damenmann, kein Frauenheld, obwohl er das gern wohl wäre. Ein blasser aller Weltstyp, das ist er und das weiß er auch. Ein Höhepunkt bietet sicherlich diese berühmte Kutschenszene eine der Szenen, die schließlich zum Skandal führten. Übrigens darüber ließe sich noch ein eigenes kleines Video machen. Gehört die Kutschen- oder auch die Fiaka-Szene zu den gelungenen Szenen der sicherlich besten Bovary-Verfilmung, nämlich der von Claude Chabrol aus dem Jahr 1991 mit der grandiosen Isabelle Hubert. Das ist ein Filmbild auf dieser älteren Ausgabe. Da mietet man sich also eine Kutsche, nur um es in ihr zu treiben und wir als Leser werden Zeuge eines verzweifelten Kutschers, der ohne Fahrtziel den Pferden die Peitsche gibt. Die Szene gilt zu Recht als Meisterstück der unverblümten Andeutung. Wohin fahren wir, Monsieur? fragt der Kutscher. Wohin sie wollen, sagte Leon und schubste Emma in die Druschke und die Maschine setzte sich in Gang. Der Leser kann gern nachrechnen, geschlagene fünf Stunden vergnügen sich Emma und Leon pausenlos miteinander. Er selbst ist aber wie gesagt alles andere als ein Romantiker, sondern ein Realist. Das wird vor allem deutlich, wenn er Emma am Schluss in ihrer Not Geldhilfe lediglich vorlügt. Nach ihrem Tod macht er Karriere, wird Notar und heiratet erfolgreich. Addiert man die Verführungsszenen des Romans, dann werden einem sehr schnell zwei Dinge deutlich. Erstens, nein, es geht hier nicht um Romantik, das ist auch kein romantischer Roman, diese Lesart können wir ganz schnell getrost vergessen. Die Verführungsszenen, die es zwischen Leon oder Rodolf und Emma gibt, sind dann auch keine romantischen Szenen. Im Gegenteil, sie sind ganz auf Worte gestellt, auf Reden und Gerede. Die Verführung ist ein strikt sprachlicher Akt. Alle großen Verführungsszenen im Roman werden von Flaubert zu wahren Redeströmen gemacht, zu enthemmten Orgien des Gequatsches. Zweitens, Flaubert's Bild des männlichen Liebhabers und Frauen Verführers ist ernüchternd. Lächerliche Gockel von geradezu gigantomanischer Dummheit, wobei der einzige Unterschied darin besteht, dass Leons Poesie von gleichsam naturwüchsiger Einfalt ist, während Rodolf Design strategisch und zweckgerichtet zum Einsatz bringt, ein Kampfpanzer der erotischen Gelegenheitslyrik. Betrachtet man die beiden Herren als sozusagen reale Figuren, so bewegt sich Flaubert wiederum scharf an der Grenze zum Klischee. Nein, den beiden Herren kommt nicht einmal die zweideutige Ehre zu, hier als Repräsentanten einer normverachtenden Außenseiterrolle zu stehen. Viel zu klein sind sie, als dass man sie heroisieren möchte, stilisieren, zum Kämpfer gegen die bürgerliche Zwangserotik der Familie. Außerdem, was kann das nur für eine Frau sein, die einerseits einen Charles Bovary heiratet, andererseits sich ausgerechnet diese Liebhaber besorgt. Was ist das für eine Frau, die ausschließlich monströse Idioten liebt? Und was sind das allgemein für Männer, da die Liebhaber den gehörnten Ehemann höchstens in Gewitztheit übertreffen, ganz gewiss aber weder in Scham noch in Intelligenz? Nein, dieses lächerliche Figurenensemble, dieses lächerliche Quartett, also Emma, ihre beiden Liebhaber und ihr Ehemann ist geradezu kongenial in wechselseitiger Dummheit und Verblendung. Umgeben ist dieses seltsame Quartett von einer Dorfbevölkerung, die zu ihm passt wie die Faust aufs Auge. Der selbstzufriedene Pfarrer Bornisien, der blind ist und taub für Emmas Seelenqual, der widrige Schacher, Schacherer Lerö, der zum Zwecke seiner eigenen Bereicherung unter werbewirksamen Gesäuse über Leichen geht und der redesüchtige Oumet Karikatur des liberalen fortschrittsgläubigen Kleinbürgers und Spießers. Oumet drängt sich als guter Nachbar auf, weil er illegal als Arzt praktiziert und Angst hat, von Charles verraten zu werden. Gerade der Apotheker Oumet steht für eine Ausprägung des Bürgers, die von Flaubert zutiefst verachtet wird. In ihm konzentriert sich mehr noch als in allen anderen Figuren jene Mischung aus instrumenteller Intelligenz und allgemeiner Dummheit. Das Dumme und Groteske paart sich bei ihm mit der perfiden Fähigkeit, seine eigenen Interessen aggressiv optimal zu verfolgen. Man beachte dabei den Schlusssatz des Romans. Seit Bovaries Tod folgten einander drei Ärzte in Yonville bekam jedoch keinen Fuß auf den Boden. So prompt schlug sie Monsieur Oumet in die Flucht. Seine Kundschaft wächst höllisch. Die Obrigkeit schont ihn und die öffentliche Meinung schützt ihn. Seit kurzem hat er das Kreuz der Ehrenlegion. Dass ihm der Romanschluss gehört, ihm, zeigt auch seine Bedeutung, die ihm der Autor beimisst. Oumet hat zu jedem Thema etwas zu sagen. Er denkt nie nach, sondern reproduziert den Wust seines Halbwissens wie ein Papagei, wobei er gern lateinische Redewendungen einstreut, um seine Mitmenschen mit seiner scheinbaren Bildung zu beeindrucken. Seine eigentlichen Domäne aber sind seine Urteile über alles und jeden. Oumet giert vor allem nach Macht, er will eine öffentliche Person werden und das wird er ja auch, das schafft er ja am Ende auch. Nichts kommt ihm gelegener als das Unglück bei seinen Nachbarn von gegenüber. Die Nachricht von Emmas Vergiftung, die schreit er als best informiert auf dem Marktplatz aus, dann wartet er ruhig auf Charles Ende. Einen Oumet finden vielleicht auch wir in unseren färderen Bekanntschaften. Naja, vielleicht finden wir auch den einen oder anderen Einwohner der Flaubert'schen Provinz. Flaubert bringt die Dinge auf einen illusionslosen, sarkastischen und denunziatorischen Punkt. Die Gesellschaft, verlogen wie sie ist, geht sie zur Tagesordnung über. Einen wie Rodolf nimmt sie schmunzelnd und indifferent zur Kenntnis. Einer wie Leon wird zwar von Vorgesetzten und von der Mutter zur Ordnung gerufen, aber schließlich wird er dann doch ein angesehener Bürger. Der Ehemann, dumm wie er ist, setzt er sich kurz vor Ende noch mit dem Liebhaber zum Bier und spricht laut Flaubert ein großes Wort leider. Das Einzige, was er jemals gesagt hat, Schuld ist das Schicksal. Am Ende sind Emma und Charles tot. In Leons und Rudolfs Seelen hat das Emma Intermezzo keine Spuren hinterlassen. Die Gesellschaft schert sich nicht. Alles ist, als wäre nie etwas geschehen. Menschen sind dumm und abstoßend. Sie verdauen schließlich doch alles, worüber sie sich zuvor moralisch so entrüstet hatten. Einer der wichtigsten Kritiker seiner Zeit warf gerade das dem Autor vor. Warum gibt es nicht eine einzige Figur, schrieb er, die geeignet wäre, den Leser durch ein gutes Schauspiel zu trösten, sich erholen zu lassen? Warum findet er dort nicht einen einzigen Freund? Ganz ähnlich hatte das ja auch schon die begeisterte Leserin angemerkt, als sie von dieser Hoffnungslosigkeit gesprochen hat, die sie als Realismus begriffen hat. Blobert veröffentlichte seinen Roman 1857 unter dem repressiven zweiten Kaiserreich Kaiserreich Napoleons des dritten. Das Geschehen des Romans aber spielt noch vor der 1848 Revolution in der Epoche des Bürgerkönigs Louis Philippe. So war Flaubert in der Lage, immer behaupten zu können, das seien eben die Sitten und Zustände der Vergangenheit gewesen, die man ja nun Gott sei Dank hinter sich gelassen habe. So etwas war nicht ungünstig in einer Zeit, in der alles und jedes schnell zum Verbot und zu Konsequenzen für den Autor führen konnte. Napoleons des dritten Regierungszeit war geprägt von einer staatlichen Repression, vom Versuch, die Ordnung im Staate, in den Familien und auch in der Literatur gegen jeden Wandel abzuschotten. In diesem Zusammenhang war Madame Bovary ein bewusst subversives Buch, das ganz offenkundig die öffentliche Moral herausfordern wollte, indem es laut verkündete, wie es aussah mit den Sitten in der Provinz hinter dem langweilig kleinbürgerlichen Anstrich. Madame Bovary wurde nicht zuletzt deshalb ein Skandalbuch, weil es eben hier nicht mehr um Figuren aus dem Adel ging, wie bei den gefährlichen Liebschaften eines Chaudelot de Laclos, sondern hier ging es um die Arztfrau von nebenan. Es ging um die bürgerliche Ehe, es ging um Scheinmoral. Ja, vergessen wir den Untertitel nicht, es geht nicht nur um Emma, es handelt sich um ein Gesellschaftsporträt. Gegenüber der unendlichen Vielfalt und der psychologischen Tiefe, mit denen Tolstoi seine Figuren zeichnet, schauen wir uns im nächsten Video genauer an, da wirkt Flaubert's Bild von Sitten in der Provinz auf einer menschlichen Ebene sicher eindimensional. Wer aber darüber hinaus die ganze romantikkritische Dimension dann eben nicht erkennt und seine Figuren und Handlungen ausschließlich auf ihren Wirklichkeitsgehalt hin befragt, der verkennt vollkommen, was Flaubert mit seinem Werk künstlerisch geschaffen hat. Ihm ging es nicht um schönen Stil, ihm ging es um eine radikal neue Form des Romans. Dieses radikal Neue in Madame Bovary erschließt sich allerdings nur in einer Lektüre, die eingeht auf die Realität des Buches selbst und auf seine Materialität, also auf die Sprache, also auf jedes einzelne Wort. In diesem Zusammenhang sei hingewiesen auf die Übersetzung von Elisabeth Edel, die mir viele hier genannte Aspekte erst viel, viel deutlicher machte als die älteren Übersetzungen. Abgesehen von dem herausragenden Anhang, der vieles erklärt, einem grandios interessanten Nachwort und zahlreichen Materialien, unter anderem dem damaligen Prozess gegen den Autor. Wer das als gebundenes Buch haben möchte, der greife zur Hansa-Ausgabe, der als Taschenbuch gibt es das auch als DTV. Tatsächlich ist Flaubert's Sprache mit Beschreibungen wie schön, geschliffen oder elegant kaum zu fassen. Elegant ist an der Sprache von der Bovary eigentlich gar nichts. Für Flaubert war das zuerst eine Frage der Erzähltechnik. Die Objektivität ist das, worin laut einer weit verbreiteten Vorstellung Flaubert's Modernität liegen soll. Objektivität ist für ihn zuallererst die Haltung eines Erzählers, der sich aus der erzählenden Oberfläche seines Werks vollkommen zurücknimmt. Ja, gewiss, der Autor beurteilt seine ehebrecherische Emma Bovary durchaus nicht im moralischen Sinne. Aber in einem anderen Sinne sehr wohl. Nirgendwo ist der Autor präsent, nirgendwo greift er von außen ein. Alles ist entwickelt aus den Figuren und ihren Konstellationen. Und doch wie perfekt, wie perfekt stimmen die Arrangements. Wie genau ist jede Szene auf den entscheidenden Punkt zugespitzt. Nichts entspringt jedem Zufall bloßen Geschehens. Alles ist von der sicheren Hand des Autors dahingestellt, wo es stehen soll. Niemals zuvor hat ein Autor seine stilistische Technik bis ins kleinste Detail so konsequent zu inhaltlichen Zwecken genutzt, zur Entblößung seiner Figuren, zur Durchleuchtung ihres Verhaltens. Beispiel Schon bald nach der Hochzeit wühlt tief in Emmas Seele jener Keim der ehrlichen Tristesse, der sie bald in fremde Arme treibt. Doch vor allem zur Stunde der Mahlzeiten, da konnte sie nicht mehr in diesem kleinen Raum zur ebener Erde mit dem Ofen, der rauchte, der Tür, die quietschte, den Wänden, die schwitzten, dem feuchten Steinboden. All die Bitternis ihres Daseins schien ihr auf dem Teller serviert, und mit dem Dampf des Suppenfleisches stiegen vom Grund ihrer Seele immer weitere Ekelschwaden. Schal aß und aß. Sie knabberte ein paar Haselnüsse oder vertrieb sich die Zeit und ritzte den Ellenbogen aufgestützt mit dem Messerspiegel. Spitze Linien ins Wachstuch. Wenige Seiten zuvor war dieselbe Wohnung ganz anders gesehen worden, nämlich mit dem hingerissenen Blick des Ehemanns und in Sätzen, die nach dem rhythmischen Pferde- und Silbengetrappe beim Anblick der Geliebten angenehm und weiß weit ausschweift. Schal Tisch, weiche Möbel und eine Frau in feinen Kleidern, so bezaubernd und wohlriechend, dass man sich fragte, woher dieser Duft kam und ob es nicht vielleicht ihre Haut war, die hindurch atmete durch ihr Hemd. Eigentlich kann nur eines der Bilder wahr sein, entweder die feuchte Küche oder der gemütliche Kamin. Hier wird nicht erklärt. Flaubert wählt vielmehr einen literarischen Kunstgriff, mit dem die Distanz zwischen diesen beiden ungleichen Eheleuten gezeigt wird. Erhalten sind von den Vorarbeiten zu Madame Bovary mehr als 4000 Manuskriptseiten. Hier kann man nachlesen, mit welcher Akribie Flaubert über fünf Jahre hin daran gefeilt hat, auf diese Weise jedem einzelnen Satz genau die Gestalt zu geben, die allein seinem Inhalt entsprach. Ein ästhetisches Radikalprogramm, das einen bloß realistischen Anspruch des Romans weit hinter sich lässt. Umgekehrt ist es aber gerade jenes Prinzip, was die Suggestion weckt, man wäre als Leser unmittelbar beim Geschehen dabei. Ohne dass der Autor auch nur im zartesten darauf hinwiese, befindet sich der Leser tief drinnen in der verzweifelten Emma am Esstisch, im glücklich bewundernden Scharl am abendlichen Feuer in dem hingerissenen Neon. Vor allen anderen aber ist es Emma, die Flaubert auf diese Weise zeigt. Emma, die sich sehnsüchtig verzehrt nach dem Schiff mit acht Segeln, das sie davonträgt. Emma, die in mystischen Verzückungen schwelgt, Emma, wie das Zauberwort Paris in Léons Arme treibt und schließlich Emma, der das bittere Arsen so auf der Zunge brennt, dass auch Autor und Leser seinen Geschmack lange nicht loswerden können. Selten wurde übrigens mit so viel Enthusiasmus und Brutalität die eigene Protagonistin getötet. Kein Autor vor Flaubert hat den Anspruch der Romanform höchste Kunst zu sein weitergetrieben. Aber dass er dies ausgerechnet mit dem trivialsten, dem unsaubersten Sujet getan hat, nämlich mit einem schäbigen Ehebruch im Mief der Provinz. Das und nichts anderes machte den eigentlichen Skandal aus. An all dem werden sich die anderen berühmten Ehebruchsromane messen lassen müssen, vor allem von Thanes Ephibriest wie noch zu zeigen sein wird.